so moin heute öffnen war die nummer 222 eine 500 milliampere power bank eine power bank das ist doch was feines standard power bank von nasa wir gucken gleich mal rein geht gleich weiter so die packung wieder halb vergewaltigt aber ich habe die power bank da ist sie könnte die theoretische ankleben john f kennedy space international around space administration mit einem mini usb stecker power bank scheint ganz einfaches denn ohne licht ohne alles ganz einfache power bank halt nicht schlecht kaum mitnehmen mal gucken was die wert ist im internet gleich mal schauen denke ich hinten wieder dran das war türchen nummer zwei